Wie viele Stunden pro Woche verbringt ihr eigentlich in Online-Meetings? Bei mir sind es, naja, am Tag so zwei ungefähr, wobei das mal mehr sind und mal weniger und manchmal sind es leider sogar sehr viel mehr. Da habe ich dann immer wieder das Problem, ich weiß oftmals nicht mehr, was eigentlich besprochen wurde und ich glaube, das geht vielen so. Und manchmal verdonnert man eine Person zum Schreiben einer Zusammenfassung. Das muss nicht mehr sein, denn wir können das Ganze auch mit Chat-GPT machen. Und ja, ich weiß, dass es Tools gibt, die das auch alles für euch durchführen können. Allerdings kosten die meist was und Chat-GPT ist zumindest aktuell noch gratis verfügbar. Und wenn es nicht mehr gratis verfügbar sein sollte, könnt ihr genau denselben Prozess auch mit jedem beliebigen anderen Large Language Model durchführen. Denn ja, das, was ich euch hier zeigen möchte, ist eine kostenlose Variante. Das Bezahlmodell können wir aber irgendwann auch gerne noch behandeln, wenn ihr darauf Bock habt. Das dürft ihr mir mal schreiben. So, jetzt Einleitung vorbei. Wie mache ich das Ganze? Chat-GPT kann ja hier nicht einfach zuhören bei meinem Meeting, oder? Nein, kann das natürlich nicht. Also, was ihr braucht, ist erstmal eine Software, damit ihr euer Meeting überhaupt aufzeichnen könnt. Ich empfehle sowas wie die Open Broadcaster Software. Dazu habe ich noch kein Tutorial gemacht. Es ist allerdings auch nicht so kompliziert, das Ding aufzusetzen. Es funktioniert unter jedem Betriebssystem, ist komplett gratis und sogar Open Source. Wenn ihr also Interesse an einem Tutorial habt und es nicht selber hinkriegt, schreibt mir das gerne. Aber es ist an sich nicht schwer, es aufzusetzen. Ihr geht hier auf Installieren bzw. Download und dann natürlich je nach Betriebssystem den Installer runterladen bzw. unter Linux natürlich die Paketquellen verwenden. Und anschließend könnt ihr das Ding öffnen und bekommt sowas ungefähr. Jetzt sollte ich hier relativ viel zu sehen sein. Und ja, dieses Video nehme ich jetzt gerade mal nicht mit OBS auf, sonst könnte ich euch das Ganze nicht zeigen. Ich habe hier allerdings eine virtuelle Kamera an. Ups. So, die brauche ich immer für meine Meetings sowieso. Das ist sowieso mal eine Sache. So, und wenn wir jetzt hier mal reingucken, dann sehen wir hier, das ist meine Kamera. Also da kommt automatisch jede Tonquelle, die man haben kann, kommt da rein oder könnt ihr hier hinzufügen, indem ihr hier im Endeffekt über die Einstellung geht und sagen könnt, okay, was von diesen Dingern ist eigentlich aktiv, wie laut soll das sein und so weiter und so fort. Und könnt dann hier im Zweifelsfall auch Plus Minus einstellen und habt dann hier eure Audio-Eingaben. Ich zeige euch das mal eben, wie das für Desktop-Audio aussieht. Also hier seht ihr ja mein Mikrofon, ja, ist sowieso hier am Ausschlagen. Das funktioniert also. Für ein YouTube-Video sieht das dann so aus. Achtet hier auf den Balken. Okay. Ich will nichts anderes. So, und das ist quasi der Trailer von meinem anderen Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Geht um meine Academy. Was wir hier allerdings gesehen haben, ist Desktop-Audio nimmt auf. Mikrofon nimmt auf. Das bedeutet, wenn ihr etwas sprecht oder, das wäre dann das Mikrofon, oder wenn jemand anders was spricht, das wäre dann Desktop-Audio, dann wird hier aufgenommen. Das, was hier zu sehen ist, ist völlig egal. Wir brauchen nur die Tonaufnahme. Wir brauchen keinen Screen. Noch kann Chat-GPT keine Videos und Bilder verarbeiten. Falls das noch kommt, könnt ihr das natürlich auch noch mit reinnehmen. Aber trotzdem, wir gehen hier jetzt einfach mal auf Aufnahme starten und machen hier eine kleine Beispielaufnahme. Es geht um Chat-GPT. Chat-GPT kann für alles Mögliche benutzt werden, wie zum Beispiel die Erstellung von Inhalten, von Texten, von Bildern, von was weiß ich was alles. Das waren gerade falsche Informationen. Bitte achtet nicht darauf. Das war einfach nur für die Aufnahme. So, wir gehen hier auf Aufnahme beenden und sehen hier unten dann, aha, das Ding wurde also gespeichert unter OBS-Aufnahmen to sort und dann hier Punkt MOV. Ja, das ist einfach eine Datei. Man kann das Ganze hier unter den Einstellungen noch ein bisschen genauer definieren, wenn ihr da wirklich Interesse dran habt. Wie gesagt, ein Tutorial ist möglich. Aber ihr habt hier unter Ausgabe die Detailinformationen, wie das Ganze gespeichert werden soll, welche, oh, das war der Stream. Das ist die Aufnahme hier, was hier alles gemacht werden soll und so weiter und so fort. Also, ja, wenn ihr da drin Interesse habt, schreibt es mir. Allerdings, wenn ich jetzt diese Aufnahme mir hole. So, hier haben wir einmal die Datei. Das ist jetzt einfach eine Videodatei von eurer Aufnahme. Da kann, wie gesagt, auch gerne das Meeting zu sehen sein. Ist völlig egal. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können hier einmal ganz kurz auf meine Inhalte des Kanals gehen und mal gucken, was ich euch für ein neues Video oder für ein Video in die Playlist eingefügt habe. Das Video ist schon ein bisschen älter, aber noch immer absolut das Top-Notch-Beste für Spracherkennung. Also, natürlich sind seid ja neue Modelle rausgekommen. Aber, ja, gönnt euch, ne? Ich benutze das immer für die Untertitel. Und ja, jetzt bin ich gerade wahrscheinlich nicht da, wenn ihr das hier guckt. Deswegen hat das Video noch keinen Untertitel, aber die kommen auch noch dazu. Und wir haben hier einmal genau dieses Paper zu whispern. Ihr könnt euch da gerne mal einhören und einlesen. In diesem Video hier, was ich euch, wie gesagt, in die Playlist gepackt habe, findet ihr die Installation davon. Ähm, ihr könnt das für so ziemlich alle, äh, ja, alle Programme oder alle Betriebssysteme installieren, weil es eigentlich für Python gedacht ist. Ihr könnt es sogar über die Website von OpenAI nutzen, da, oder über die API. Da kostet das Ganze allerdings etwas. Deswegen würde ich es euch lokal empfehlen. So, wenn wir jetzt also Whisper installiert haben, dann gehen wir hier nochmal zurück in unseren Ordner, in dem diese MOV-Datei, die Aufzeichnung von unserem Meeting, kann auch eine MP4-Datei sein, ist völlig egal. Oder auch nur eine Audio-Datei, falls ihr da dran gekommen seid. Und machen einmal folgendes. Groß schreiben unter Windows und dann rechts klickt, beziehungsweise einfach rechts klickt unter Linux und Mac. Und dann ein PowerShell-Fenster hier öffnen, beziehungsweise Terminal hier öffnen. Dann öffnet sich diese Kommandozeile, in der ihr irgendwas reinschreiben könnt. Und jetzt wird sie auch wieder schwarz. Ich weiß nicht, warum das so ein komischer Bug ist bei Windows manchmal. So, was wir jetzt hier machen, ist, wir sagen einfach nur WISP, äh, ja, okay, Windows. Wir machen hier einmal ganz kurz das hier. So, Whisper. So, Whisper. Und anschließend wollen wir diese Datei hier per Drag & Drop einfach reinziehen. Dann kriegen wir das hier. Jetzt können wir hier allerdings noch hergehen und vorne dran, wenn wir das wollen, können wir vorne dran schreiben, also falls es nicht mehrere Sprachen sind, minus, minus Language. In meinem Fall wäre das DE. Und wir können auch noch schreiben, was damit gemacht werden soll. Aber eigentlich brauchen wir nicht mal das, denn es wird automatisch erkannt. Einfach Whisper und dann die Datei. Und dann werden die ersten 30 Sekunden benutzt, um euch eine, um euch die Sprache zu generieren. Hier Detecting Language, erste 30 Sekunden werden angegeben. Oder wir können es auch direkt so machen, falls das hier falsch ist. Und dann steht hier einfach nur German dabei. Und dann steht hier, was gesagt wurde. So, und machen hier eine kleine Beispielaufnahme. Es geht um ChatGBT. ChatGBT kann für alles, für alles Mögliche benutzt werden. Wie zum Beispiel die Erstellung von Inhalten, von Texten, von Bildern. Das ist übrigens falsch, nochmal ganz kurz. Von was weiß ich nicht alles. Das waren gerade falsche Informationen. Bitte achtet. Ist das schon fertig? Nein, ist nicht fertig gewesen. Und ja, jetzt haben wir hier genau das hier. So, jetzt nehmen wir uns diese Informationen und kopieren uns die. Kleine Anmerkung, ihr könnt in PowerShell mit STRG groß schreiben und C könnt ihr kopieren. Und dann können wir das irgendwo einfügen. Zum Beispiel in einem Editor oder sowas. Und dann sehen wir hier, aha, es hat also wirklich funktioniert. Es sieht noch nicht schön aus. So, brauchen wir nicht. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen wieder zurück auf ChatGBT und sagen hier, das ist das Transkript meines letzten Meetings. Bitte fasse die Kernpunkte zusammen. So, und da müsst ihr nicht auf irgendwelche Formatierungssachen achten. Ihr könnt die Timestamps theoretisch sogar vorne drin stehen lassen. Dann weiß die KI direkt, wo eigentlich was passiert ist. Und ja, hier steht natürlich jetzt auch ChatGBT, weil es hier von der Spracherkennung falsch erkannt wurde. Das sollte klar sein. Einem KI-Tool, das für die Erstellung von Inhalten wie Texten und Bildern verwendet werden kann. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass einige Informationen falsch sind und nicht beachtet werden sollen. Die Aufnahme dient als Beispiel. So, ihr versteht, was ich meine. Das ist quasi einfach ein, naja, umformulieren jetzt. Ihr könnt aber natürlich hier auch eure kompletten Kompetenzen aus den vergangenen Videos zusammenschrauben. Ihr könnt sagen, ey, macht mal bitte hier, hier ist eine Beispielzusammenfassung. Oder schreibt es mir als eine Liste. Oder schreibt mir nur die Actionpunkte raus. Also, was als nächstes gemacht werden muss. Ihr könnt Fragen zu den Inhalten des Meetings stellen. So, und das ist, glaube ich, die Kernkompetenz, die ich hier sehr, sehr wertvoll finde. Und in meiner Vergangenheit, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, bitte achtet darauf natürlich, dass ihr keine vertraulichen Informationen in dem Meeting behandelt. Ja, das muss eigentlich ein öffentliches Meeting sein. Da darf nichts Vertrauliches drin sein. Das ist extrem wichtig. Bei Large Language Models kann das für Trainingsdaten verwendet werden. Achtet darauf, bitte. Aber in meiner Vergangenheit muss ich sagen, das hier ist tatsächlich so zuverlässig. Also, ich habe wirklich keinen Fehler gefunden. Warum? Weil ich hier alle Informationen angebe, die relevant sind, keine Informationen aus dem Informationspool von GPT-4 nötig waren. Das heißt, das Tool brauchte eigentlich nichts weiter als natürliche Sprache verarbeiten und wissen, was eine Zusammenfassung ist. Und alle anderen Informationen, das heißt, alles, was irgendwie relevant war, wurde ja von mir mitgegeben. Dementsprechend hatte ich eigentlich nie Probleme mit Falschinformationen hierbei, wenn ich das so gemacht habe. Und bitte factcheckt trotzdem nochmal alles, bevor ihr irgendwelche E-Mails an Chefs schreibt oder sowas. Aber das kann, glaube ich, euer Leben ein wenig erleichtern. Klar gibt es, wie gesagt, auch Bezahltools, die das alles von Hand aus machen. Aber ich glaube, so kann man hier relativ viel dann tatsächlich auch daraus rausziehen. Wenn euer Meeting zu lang gewesen sein sollte, dann schreibt euch die erste Hälfte hier rein. Schreibt euch die zweite Hälfte in einen nächsten Post rein. Weil natürlich GPT-4 auch einfach von der Länge her begrenzt ist. Je nachdem, wie lang euer Meeting gegangen ist und wie viel gesprochen wurde. Klar, dass da nicht alles reinpasst hier. Und ja, da gibt es diese nervige Zeichenbegrenzung. Deswegen funktioniert das häufig nur für sehr kurze Meetings. Und man muss dann vielleicht zwei, drei, viermal ansetzen. Das könnt ihr aber durchaus machen. Und ja, im Zweifelsfall ist das halt immer noch die Gratis-Variante. Es gibt Bezahlversionen davon. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich die vorstelle, schreibt mir ganz gerne. Okay, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, das hilft euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.